hallo liebe freunde willkommen zurück hier im spieleparadies mit mir se maxi wir sind wieder bei among us und ich denke die runden die werden immer besser ich als imposter nicht aber wer weiß wo uns das noch hinführt jetzt geht es erstmal los hier viel spaß dabei leute so wir sind kleines pünktchen hat sich nicht gemutet so ah patrick weiß jetzt wie man killt das ist nicht so gut weil bei medle was oh mein gott gleich am anfang ja scannen you don't need to wait okay impostino oh und patrick okay ich dachte schon warum dauert es so lange aber theoretisch muss es doch funktionieren oder ich hoffe ich lauf mal mit den beiden mit hier habe ich zwar nichts ich glaube nicht dass es patrick ist kann mir nicht vorstellen oh gleich zwei oha also ich habe legende gefunden oben rechts bei webs aber ich habe keine ahnung oder auch beobachtet die war es auf jeden fall nicht ich war mit euch unterwegs minatron kam mir vor einer ewigkeit mal untenrum entgegen bei hier moment gegen okay ja natürlich ja sonst keine ahnung ich war links beim generator also ich kam von unten sowieso schon nach links deswegen habe ich da nichts mitbekommen ich war gerade wieder bei cafeteria ich wollte gerade dieses handbild machen ich bin woher gekommen wenn du von cafeteria von unten da wurde mich gesehen hat es da hatte ich noch ein task und dann dann bist du wieder hoch gerannt dann bin ich wieder hoch ja weil ich nach oben links wollte einfach möchte ich auf jeden fall sagen patrick ich möchte dich motivieren zu arbeiten motivieren zu arbeiten ja das stimmt aber ich habe doch keine aufgaben gehabt du musst mal bei mit tab siehst du deine aufgaben ja weiß ich aber die waren zu am anderen ende ja dann geht doch alleine los ich renne nur also würde ich mal sagen skippen wir oder ja mit wem gehen wir denn jetzt mit wo habe ich wo habe ich aufgaben da gehen wir hier einfach mal mit ok bella hat da anscheinend minatron ne die habe ich nicht ich habe angst vor ihm aber wenn wir jetzt hier zu zweit sind nein hä ja oh gott das ist halt voll gefährlich einmal noch ich bin's nicht glück gehabt oder patrick wer hat meinen bruder getötet oder arm mit leine den könnt ihr doch nicht umbringen patrick du musst als geist die aufgaben trotzdem noch machen ich habe wieder minatron in der nähe gesehen ich hatte angst vor minatron da wollte ich zu meiner aufgabe gehen aber dann kam bella als zeugin da bin ich dann hingegangen ja der ist noch vorhin so ganz verrächtig stehen geblieben also ich möchte dir mal darauf hinweisen dass marcel sehr aggressiv vorgeht hier mit seinen argumentationen und immer wieder versucht minatron zu blamen so ein bisschen das sollte man eventuell ein bisschen mit dem hinterherkopf verhalten ich war übrigens die ganze zeit rechts und habe mich geärgert darüber dass mein aiming so bescheiden zu sein scheint dass ich die astroiden so schlecht getroffen habe ich dachte immer das ist besser oder es sind schlechte hitboxen hier ja ja oder du wirst den verdacht von der ablenken also bei mir war ja gerade mit jemand mit dem raum also wer war denn das eigentlich äh kann sein dass ich das war wäre das ja wir sind dann glaube ich beide weggegangen aber wir sind nicht derjenige der schon tot ist ne also wo ist denn die person gefunden worden im electric im electric ist mein letzter mein letzter task den ich machen will dann können wir auch sagen neben den event was der imposter vermutlich dann verwendet hat ok und wo kommt der event raus entweder medical oder links bei ähm kerns ok also man hat keine ahnung ja aber ich würde mal bis auf den marcus aufpassen ist äh ja ist mir ein bisschen suspekt dann würde ich aber auch sagen passt mal zusätzlich noch auf den marcel auf ha passt gerne auf mich auf wenn jemand bei mir ist kann ich nicht umgedrückt werden also hätten wir zwei imposter ihr beide wärt safe aber sowas das wäre ja schon mies die würden sich ja dann gegenseitig hier raushauen ja das stimmt schon also ich oder stimmt verberung ja das stimmt ich kann mich hier nicht entscheiden naja ist gebaut so einfach Freunde so wo habe ich denn jetzt Aufgaben beim medway immer noch äh auch auf die Gefahr hin dass ich jetzt gleich sterbe oh bin nicht gestorben ok oh god download da kommt Minatron da kommt Minatron gleich bin ich tot gleich bin ich tot gleich bin ich tot ich lebe noch warum lebe ich noch ok hat er Angst ok einfach so ach komm das ist so gemein jetzt hat er mich doch umgebracht ja das ist schwierig schwierig hauptsache wir machen jetzt die Aufgaben hier noch da schwebt der Legende und den Patrick habe ich auch gerade gesehen die schweben hier so um mich rum da ist der Patrick ach hier ist auch noch eine Aufgabe aber ich soll erstmal hier ran hier lang ok ach das schon wieder was ok das habe ich jetzt nicht gesehen aber die will ich jetzt schaffen lass ich mich das jetzt machen boom geschafft das sehr simpel was habe ich denn jetzt noch für Aufgaben das ist halt das Gute dass man hier auch ein bisschen schneller ach ich wusste es und ich habe noch wo ich die Aufgabe gemacht habe gesagt gleich bin ich tot dann war ich nicht tot ich habe die Aufgabe fertig dann lasse ich mir gut Gott sei Dank kannst du die nächste machen und dann zack genit gebrochen sehr gut alle gemutet alle gemutet und jetzt bitte wieder Crewmate ja ich habe immer so Angst als Impostor aber als Crewmate ist es auch nicht so ich gehe mal mit kommt jemand mit in der Gruppe ich gucke hier oben haben wir zum Beispiel was Download und die sind aber gerade alle noch ah das war der Impostino das war doch das war doch ah Gott ich habe es nicht richtig gesehen ich habe eine Aufgabe gemacht Impostino war es glaube ich ja ich glaube auch das war auch so ich habe gerade noch beim Download gesehen ja du ich habe nämlich doch doch ich habe mich doch extra selbst reportet ja na ganz ehrlich ich habe also so aus dem Augenwinkel habe ich das auch gesehen dass da hier der Grüne da drumrum gerannt ist ja weil ich gerade da hingelaufen war ne ihr standet alle auf einem Haufen ja das standet alle auf einem Haufen und dann war der arme Legende schon wieder tot ich bin gerade dort hingekommen wo ihr alle auf dem Haufen standet und dort vorbeilaufen und dann habe ich den Button aufblinken sehen und habe gedacht dann drückst du direkt und dann geht das wie die Stimme hochgeht also ja da geht die Stimme ganz schön hoch naja wirst du Tom das ist so wenn man jemanden tötet dann geht auch wenn man in der Nähe ist der Button hoch wenn man dann da drauf drückt ja ja es ist schon also ohne Mist ich glaube ich habe das so gesehen noch mal ganz kurz zur Frage wo war die Leiche rechts oben bei Webmaster ja rechts oben die standen alle am Tisch mal wieder naja alle außer Zimpe und mir weil wir sind ja nach unten gegangen oder richtig du bist später dazu gelaufen richtig ja ich bin dazu gekommen gut dann bist du Imposter weil ich war nämlich der Letzte der in den Raum reingegangen ist also ich wollte für Tom ja also das sieht eindeutig aus ja das tut was wenn ich selber gewohnt ja also ich bin jetzt als ob ja ich dachte nur ich habe es gesehen okay Freunde das war es für heute mit Among Us es wird auf jeden Fall weitergehen wir haben noch ein paar Runden aufgenommen aber für heute war es das ich hoffe euch hat es gefallen vielen vielen Dank an euch alle bis zum nächsten Mal macht es gut und tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal